Was geht los? Da sind wir wieder bei dem Ketsche Timo! Christello hat Hausparty gesagt. Mhm, hab ich gesagt. Aber warum? Was für ne Hausparty? Und wo? Ja, sie fühlt sich jetzt cool. In Schweiz. In Schweiz. In der Schweiz. Aber warum? Du wohnst in der Schweiz? Mhm. Deshalb hab ich auch nicht bei Facebook gefunden, wo du in Deutschland wohnst. Das erklärt's. Christello geht auch nicht über die Lane. Du hast aber keinen schweizerischen Akzent. Ich hab auch keinen sechstischen Akzent. Ach so. Ach so. Free, nicht for done. Focus when, ne? Boah, Chrissi, du bist der Einziger im Ignite. Sehr stolz. Und hör auf zu Facebooken schon wieder. Wieso Facebook? Ja, du schreibst nicht irgendwann. Ja, mit viel. Toll, ne? Ach, die andere. Das ist ne Funkmaus. Deswegen funkt die nicht. Ich lach der war. Gleich kommst du von hinten. Kannst theoretisch von hinten kommen und Timo voll wegschnetzeln. Aber richtig heftig. Aber deshalb wird der irgendwie im Mond sichtbar. Da ist ein A-Momo. Ein A-Momo. Ah, Mensch! Das war mein Kill, du Arschi. Go, go! Die Wayne! Die hat kein Flash mit. Die hat kein Flash mit. Ja, aus Versehen. Das wollte ich echt nicht. Lachen. Auf Free! Ach, du hast Riven? Da ist ne... Nearly Trap. Jetzt nicht mehr. B-M-Master. Ne, B-Master. Nein, nur B-Master. Ich hab auch gerade B-M-Master gelesen. Hoppla! Was greifst du denn die Minions an? Was machst du da? Ich wollte da runterlaufen. Da war kein Wiggen. Nix getroffen. Nö. Ah, Mumu. Ah, Mumu. Ah, Mumu. Oh, ich schaff die Wayne. Schön. Vorsicht. Wie sie auch immer ihren Dings zuerst skillt. ihren... ihr W. W. Ist jetzt scheiße, dass hier ne Trapper. Ja. Ist sich aber auch so. Ist auch eine. Was ist da oben? Ah, Mumu. Ah, Mumu. Ah, schade aber auch. Äh, Wavin. Give me that! Scheiße! Ja, nix. Ja, das wären schöne Kills gewesen. Mann. So ein... Scheußdreck. Äh, Gold-Items sind erlaufen, ne? Ja. Immer noch. Wie seht ihr da alle? Loih, was hat das für ne Range, hm? Soll ich sie baiten? Nein. Oh, MG! Hör mal was. Oh, Mann, Dark. Töte doch mal was jetzt. Bin doch dabei! Wenn der Wukung nicht so lacken würde. Ich glaub, ich flash mich gleich rüber und kehre die Wukung von hinten. Ich glaub nicht. Äh, doch. Oh, Free. Dann mach, dann mach mal. Sag mir doch, dass da ne Trap ist. Da ist ne Trap? Haha. Sag mal, wann die ausläuft bei dir. Brandy! Jetzt. Brandy, Manni. Ach, Mensch! Du bist so ein KSer, ne? So ein kleiner KSer wissen. Und ich bin schon wieder halbtot. Und eigentlich ein kleiner KSer. Kennen wir nicht. Er ist vorhin ein Sniper. Haha. Aber richtig. Haha. Ich hab keine Warnung mehr. Holy shit. Hahaha. Go, Cordra. Hier. 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 Da wird' 1 plus ran. everywhere. Andress. Ahhhh. Ha 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 Ha. Horror. Maraden. Tadores. Auf jeden Fall, Alter. Warum will er nicht? Wo denn die Sche? Kannst du nicht mal Sun an. Oh, bist du nicht Level 2? Also wirklich. Das ist MEIN KELF! Nein! Freakillin! Nice! Ich bin irgendwie ziemlich am Arsch hier hinten. Das juckt uns glaube ich gar nicht. Selbst schuld, du wolltest es mir nicht helfen. If you're the Red Dead. Ach, 7-0. Warum seid ihr alle schon Level 2? Warum bin ich schon Level 2? Hält mir doch mal Hallo! Nein! Ihr könnt noch gewinnen. Das ist doch mal ne dicke Lüge, Freak. Ihr könnt noch gewinnen. Lass mich doch mal da rüber. Nee, geh weg! Komm, jump hier rein. Lass ihn doch hier reinjumpen, du Vogel. Er hat das wahrscheinlich immer geskillt. Du Vogelmeister, du. Was ist denn hier ein Trap? Oh, leu. Warum, nee! Scheiße, ich bin so. Ja, dann eh. Nein, 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 nein. Das ist jetzt obhofft. Ja, ich bin so am Arsch. Ah, ne, doch nicht. Der Rancis ist auch Stufe 1. Und wer leben... ...Ruby Christy. Christy. Das ist nicht wahr. Nur am KS natürlich. Schrecklich lest sowas, oder? Der Rancis ist ein Wayne. Holy shit. Hast du eigentlich noch geschrieben? Was? Was? Nee. So, nee, das ist okay. Mensch, warum musst du mich die Wayne töten? Was macht der Timo da? Das ist doch kacke. Kacke. Good job, Timo. Christy, du bist tot, ne? Die Klappe. Wie er auf ihn sprengt. Das KS. Nein! Kommt zu mir, ich helfe euch! Kommt zu mir! Du bist... Oh, Gott! Oh, Gott! Da ist ne Amo, wo... Ah, lol! Ich hätte aber auch noch einen Brand-Crew abbekommen. Oder irgendwie sowas. Ich hatte den Dott auf jeden Fall noch drauf. Ja, Stine ist schon OP. Er fällt ihnen aber fast zwei Balken. Ach, Timo... Geht du um lang? Nee. Ah, schade aber auch! Ich habe den Stil. Töten wir, töten wir. Hier. Er ist noch zu rennen. Ich renne da. Riekelнок because of theinden is here... Hele! Naa. Ihr alten Meister. Nooo. Uit, Timo! Er ist noch, wenn du mit Champagne ist gekocht, Natürlich liegt da noch eine. Natürlich läuft er zum Tower der kleine Wichse her. Ist es gar nicht. Soll ich mal was? Crit Gold Item noch holen? Mit Katta? Go. Hol's dir. Tja, Freak. Halt's natürlich auf den Sack. Verdient. Der wollte gerade hier rüberflashen, ne? Ja. Nö. Hallo. Nee. Irgendwie nicht. War doch mal auf Minions anzugreifen. Ja, das will ich doch gar nicht. Nice. Really? Okay. Du bist so einfach. Haha, wie geil. Ich hätte ihn locker bekommen. Der Alice hat ihn weggehauen. Ja, und ich hätte ihn trotzdem bekommen. Halt's ab. Lügt er nicht. Ich hatte noch zwei Sekunden Cooldorn auf meinem E und ich hatte keinen Cooldorn mehr auf meinem Coo. Lügt nicht. Zu dem Zeitpunkt. Dann wäre ich zu Dings ge- Zu, zu Alistair gejumpt. Und dann wäre ich- Ach, das ist ein Wort. Ich wollte gerade sagen, holy shit. Wukong. Wukong? Wukong. 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 Immer noch keine Sidelanes. Wukong. 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 Ich weiß nicht, was ihr attackt hier ist. Wukong. Wukong. Ja, das war schon klar, dass die irgendwie dann... Ja, was denn nicht? Wukong. 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 Yeah, genau! Das sah ja lustig aus. Ja, das tat's. Das tat's in der Tat, wa? Hah! Ist aber schade, ich hatte ein Exhaust auf mir. Da ist ein Brand unten, links. Nö. Doch? Jetzt hier mit. Ich brauche unbedingt einen Blutduster oder so. Oh ja, heal. Ey, warum haut sie mich denn weg? Wie alt, hätte ich die Kills haben, Freund. Na, Muhu? Na, ist der wie weg oder so? Wieso hände die... Hat der das nicht schon mal ge... Ach ne, das war im Führer, ne? Du bist tot. Ich weiße... Oh, nicht. Ich hab grad so gefällt mit Deutsch, ne? Genau das hab ich mir grad auch gefragt, Digga. Ne. Kannst du mal aufhören? Schade. Scheißdreck wirst du den bekommen, Alter. Ich glaub es hat. Ne, tut mir leid, aber die Minions müssen jetzt töten. Der wär mir, dank der Niederleadchap noch. Nur Wayne. 0122. Ich weiß nicht. Ähhhhh. Oh scheiße. Geh, geh mal weg. Ne, geh mal weg. Danke Freya. Jetzt suche ich wieder Sterne, jetzt hab ich 3000 Gold. Fick dich Mumu. Fick dich Mumu. Seht's aus. Alter. Dieser Timo wartet nur auf die Kill. Aber du. Ja du, ich helf. Ich helf dem anderen wenigstens. Er steht genau daneben und schießt nicht einmal. Timo. Ist doch schade. Oh, ich bin ja low. Ich bin so gut. Was will der von mir? Guck mal Freya, ich hab dich gesaved, indem ich ihn blockiert habe. Danke. Tja, Christello. War ja kein Problem. Ich wollte ja eh den Kill haben. Boah ey, ich bin so gut. Der Ammo muss immer noch Schufe. Ich glaub, er wollte mich und hat dich bekommen. Na, glaub ich nicht. Verdient. Ich glaub ich lass mich mehr töten, dann hab ich meinen Wertschuld. Ja, ich verdient. Scheiße. Er muss sich auch gemobbt fühlen, ne? Scheiße. Ahaha. Oh lord. Hat er keine Hoffnung, die ganzen Kills zu nehmen? Sagst du? Ja, ich bin der Carry, ich darf das. Äh, nein. Äh, doch. Na, wait. Soll. Also ich hab irgendwie noch nicht wirklich Lust zu sterben, aber ich kann jetzt ruhig mal sterben. 4k Gold. 4k Gold. Ja, ist er stolz darauf, wer den ganzen Zeit im Jahr verreißen. Alter. Ist wenigstens nicht am sterben. Ist schon mal besser als neinanderer Timo. Ja. Geht so. Geht so. Da liegt der Trap und da ist ne Wayne. Ich hab Bluetooth da. Hm, ich bin Brand. Hm, oh. Tschüss. Free, du bist nicht tot. Ach, du bist super tanky. Geht mal zum Arsch. Nice. Scheiße. Drecks Ignite. Drecks Ignite. Die gemobbt, ey. Gemobbt, ey. Gemobbt, ey. Hallo, ich brauch noch 40 Kills, dann hat mein Bloodthirst da maximale Aufladung. Jetzt hab ich den nächsten Patch genervt, ne? Mir da egal. Ich hoffe, du stirbst. NEIN! Was? Habt ihr den Speer gesehen? Nee. Hab ich leider nicht gesehen. Der war, äh, der war da? Ne, ist nicht. Ähm. Der Speer kam von da gefungen, wo ich grad gepinkt hab. Und ich dann da im Gebüsch. Wo da grad war. Und, ähm. Ich, ich lauf halt so ganz normal hier aus dem Busch wieder raus. Auf einmal kommt ein Speer geflogen. Und das, ähm, was weiß ich, wie kurz nur an mir vorbei. Free, komm kurz ein Stückchen her? Scheiße. Die muss das jetzt nehmen, ne? Ich brauch, ich brauch Stacks auf mein Bloodthirst da. Triple, 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 triple Steal. Ich brauch Stacks auf mein Bloodthirst da. Ich brauch Stacks auf mein Bloodthirst da. Okay. Ja. Was machst du denn? Oh, niederlich Speer. Oh, niederlich Speer. Oh, niederlich Speer. Was? Was? Oh, niederlich Speer. Oh, niederlich Speer. Oh, niederlich Speer. Und wie so, mit welchem Abbot hast du denn vorhin gespielt da, irgendwie? 8 Teal Pots verbraucht. Respekt. Ach, ist der dämlich. What? Heal? Fickt euch. Boah, ich krieg doch noch ganze 33 Gold pro Kill. Warte, warte, warte. Warte, warte. Ich will überall fallen. Das ist total nervig. Hier ist nur ein Brand. Alter, kann der Wurke nochmal herkommen? Nein! Fick dich! Ey, ich krieg keine Kills. Ey, sie mobben mich hier heute echt, ne? Wie oft sollte ich das eigentlich noch sagen? Oh, oh, oh! Ich hau dich nicht! Ich geh nicht eher der Richtige. Weiß nicht, ob ich noch 25 Gold bekommen habe. Die drei haben alle schon einen Creep. Ist mir doch egal. Ich musste einen machen, weil ich einen hinter die Trap gelaufen war. Ich brauche immer sie dich exhausten. Weil sie es mag. Alter, warum ist sie nicht weiter gelaufen? Das ist schon wieder nicht der Richtige. Ja, aber ich krieg jedes Mal 25 Gold und ich heile mich hoch. Ich heile mich hoch. Ich heile mich gar nicht hoch. Natürlich, ich habe einen Bloodthirster. Thirster. Oh, tschüss. Oh, du bist so schlecht. Boah, wie viel Gold. Wie das denn? Wieso hast du gerade so viel Leben bekommen, Pree? Hä? Du hast gerade irgendwie ganz viel Leben bekommen bei mir. Nicht wirklich. Ulti! Ich bleibe doch gerade flaschen, so ein Scheiß! Aha! Sollen wir Diven? Sollen wir Diven? Ja, was? Ich habe gedivet. Okay. Dann... Drei Golfen ist das. Good job. Ach weh. Ich dachte noch so viel. 1, 20, 4, 22. Das Ilu. Okay. Oh, schade. Aber ich habe nicht einfach mein Ulti benutzen können, weil ich keinen Banner hatte. Haha. Loup, 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 loup. Loup, 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 loup.